Der Freund von BB Beauty Palace liegt im Krankenhaus und es musste eine Not-OP durchgezogen werden, wie es ihm wirklich geht. Das jetzt hier bei UpToDate. Ja, der Freund von BB Beauty Palace liegt wirklich im Krankenhaus. Julian hat auch ein Bild gepostet, wo viele Fans geschockt waren und wissen wollten, warum liegt ihr Liebling wirklich im Krankenhaus? Und jetzt hat er exklusiv auf seinem YouTube-Kanal Stellung dazu bezogen. Ich wurde im Notfall operiert. Ich bin heute Nacht ins Krankenhaus gefahren, weil ich Bauchschmerzen hatte. Die waren jetzt nicht so mega krass doll, aber die hatte ich so seit zwei Tagen. Und ich bin der letzte Mensch, der deswegen kann ich noch ein bisschen wirr reden, weil ich gerade erst aus der OP komme, beziehungsweise vor einer halben Stunde. Der YouTuber hat nämlich einen Blinddarmdurchbruch erlitten und wurde dann ins Krankenhaus gebracht und wurde notoperiert. Eine zweite Operation sollte anstehen, wurde jetzt aber abgesagt, weil sie nicht nötig war. Darüber scheint er sehr, sehr glücklich und zufrieden zu sein und er ist auch auf dem Weg der Besserung. Und mich interessieren natürlich wieder eure Kommentare da unten, wo wir uns sehr gerne austauschen können. Schaut ihr ihn, habt ihr es mitgekriegt und vielleicht gab es den einen oder anderen von euch, der schon mal so einen Blinddarmdurchbruch hatte. Ich hatte ihn nicht. Gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Da tauschen wir uns aus und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Videos wieder. Tschüss und ciao!